Hallo und herzlich willkommen zurück zu Vampires The Masquerade Bloodlines. Mit der alten Schrabinelle haben wir nämlich geredet in der letzten Folge und jetzt müssen wir mal gehen. Jetzt müssen wir uns aber erstmal natürlich ein bisschen überlegen, was wollen wir denn tun. Wir haben ja hier theoretisch noch keine wirklichen Sachen, ähm... Aber wir sollen Wong Ho, also wir sollen einmal ins Red Dragon, wir müssen das Hub irgendwie freischalten. Kamikaze Zen. Naja, das ist auch in so einem Bullshit. Naja, das ist auch Bullshit. Und das weiß ich nicht. Auf jeden Fall die beiden Sachen. Ich würde mal sagen, wir gehen einmal ins Red Dragon einfach drinnen hinein. Bullshit. Oh, fuck. Da fällt mir gerade was auf. Ich hoffe, jetzt bricht hier nichts ab. Ich muss mal meinen Monitokos umstellen. So, jetzt müsste eigentlich alles funktionieren. Ich habe vergessen, meinen Bildschirm auf 60 FPS umzustellen. Äh, das sieht dann immer sehr unschön aus. Aber das habe ich jetzt gemacht. Jetzt läuft's. Hoffe ich. Ganz gut. Ah. Stein nur los hier. Spiel. Ah. Das war gerade. Speichert. Hier ist das Kamikaze Zen. Da. Müssen wir auch rein. Aber ich glaube, das sollten wir mit als letztes machen. Damit da nichts Böses passiert. So, wir gucken mal. Das dürfte das Red Dragon sein. Da gehen wir mal eben rein. Da sollen wir sowieso hin. Dann reden wir mal mit Wong, der alten Ho. Oh, gucken wir mal. Hallo. Ähm, I'm sorry. Dinner service stopped a little while ago. But our lounge is still open. Hm. Ich wurde von diesem Ding im goldenen Tempel hierher geleitet. Gut. Geliftet werden kann nicht schaden. Sie haben Ihren Teil in meiner Erfolgsstory erfüllt. Also gut, man muss halt positiv konnotiert sein mit der ganzen Geschichte. Das ist, äh, kann ich den auch, nee, okay. Alles automatisch? Ist kein Problem. Nehme ich. Je weniger ich drücken muss, desto besser im Grunde. Oder muss ich doch was drücken? Hm. Oh. Hallo. Hallo. Achso. Okay. Nein, geh auf. So. Na dann holen wir mal. Hier ist niemand. Da ist niemand. Oh, shit. Ist nicht angeschlossen? Hier ist irgendwo, glaube ich, so eine komische Geheim. Da ist er doch. Da habe ich sie gefunden. Guten Tag, Mr. Ho. Oh nein, they took her. Ah, ihr werfvollster Schatz wurde entführt. Verschleppt von Kindern, Diener eines unbekannten Schattens. Again, you are correct. She was kidnapped by the Tong. A local street gang. I do not know who ordered this, but I intend to find out. Who are you, stranger? You seem to see things as if through the eyes of the gods. Nicht ganz verkehrt. Aber die Götter verkleiden sich oft als Dämonen. Ich komme von Ming Zhao, der Herren, der Spiegel. Ming Zhao? Ja. Oh, of course. Please forgive me, but as you can see, I am in a most terrible situation. I am Wong Ho, owner of the Red Dragon. Again, I apologize for my inconsiderate behavior. Äh, sprechen Sie und ich werde trotz Ihrer Pflegelhaftigkeit noch mal in Auge zudrücken. Ich suche in diesem Spiegelkabinett meine eigenen... Ne, mach mal hier, ne? Erzählen Sie mir Ihre Geschichte. The Tong, a local street gang here in Chinatown, just broken to my restaurant and kidnapped my daughter at gunpoint. The Tong grow more bold every day, and now they have my kiki. Hm. Welche Feinde werfen ihren Schatten auf ihre Türschwelle? Vielleicht brauche ich die Robe des Todes. Wo ist dieser verlorene Schatz? Das ist ein Zaubertelefon. Nicht die verlorenen Kinder waren in der Leitung. Doch wer? Das war jemand, der mir einen alten Debs hat. Es wurde verabschiedet. Ich weiß, wo die Tongue meine Daughter stehlen. Vielleicht kann ich Ihnen helfen beim Graben nach dieser bezaubernden Fracht. Kiki ist being held at the Lotus Blossom. A massageparlor here in Chinatown. If you bring her back to me, I will help you in any way that I can. Das hört sich gut an. Der Schatz in meiner Hand, die Antwort auf ihren Lippen. Thank you. I shall wait here until you return. Strike fast. The Tong will not be expecting anyone so soon. Good luck, my friend. Kein Ding. Ciao. Okay, das heißt, wir müssen jetzt erstmal natürlich seine Tochter retten. Dafür muss ich mich auch bewegen können. Und dann können wir ihn nach Dingen fragen, die fraglich sind. Da bin ich schon unten. Das ging aber fix. So, das ist irgendwas Blassem. Ja, wir wissen ja im Grunde, wo es ist. Wir haben es ja gesehen, wo die hingelaufen sind. Von daher dürfte das nicht das Problem sein. Denn da ist es nicht. Ich brauche keine Uhre, Dankeschön. Seid ihr Prostitutierte? Bist du eine Prostitutierte? Ja, leider nochmal. Bist du eine Prostitutierte? Nee, du bist irgendeine komische Eule. Wer ist er denn? Du kannst auch den dunklen Vater? Oh, für 5 Dollar? Ja. Okay. Alles klar. Weißt du Bescheid? Da hinko ich übrigens rein. Ich bin zu weit gelaufen. Aber, also das war es wert. Ich werde Dienstag orangene Katzen sehen. Das ist schon heftig. So, wir werden mal gucken, wie wir hier vorgehen können, müssen, sollen. Das weiß ich nämlich tatsächlich nicht so genau. Wir werden mal mit dem Typen sprechen. Hallo? Okay, mit dem sprechen wir doch nicht. Alter! Alter, okay. Das ist ja wohl unglaublich. Ey, jetzt. Nimm ihn. Komm her. Kommst du jetzt mal her? Den mache ich jetzt kaputt hier. So. Das fand ich euch alle. Ich glaube, es hackt wohl bei euch, hier auf mich zu schießen. Ist ja wohl eine Frechheit sondergleichen. Oh, hier ist wohl der Massagesalon. Hi. Hallo. So, wir gehen mal hoch. Ich weiß nämlich nicht, wo sie sich festhalten. Da hat einer aber ein krasses... Kannst du den mal treffen? Oh. 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 Ist noch nicht tot. Jetzt ist er tot. Okay, die... Also, die sind aber... Oh. 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 Alter. Jetzt. Mach doch. Was ist denn mit der Steuerung los? Die ist so komisch. Alter. Also, manche von denen fliegen ganz schön. Wo ist denn der jetzt? Wo ist er hin? Aha. Okay. Er hat auf jeden Fall geschossen. Wo ist er? Da. Dich habe ich, mein Freund. Und jetzt ist keiner mehr da, der dich retten kann. Ich... Boah. Ich schlabber alles raus. Der hat auf mich geschossen. Ich glaube, es hackt bei dem. Kann ich das öffnen? Dann vielleicht mal ein bisschen Blut macht. Wir werden es nochmal probieren. Mit Blut macht. Mal gucken, was passiert. Schade. Das funktioniert nicht. Na gut. Da, hier wieder runter, wa? Oh, es geht weiter runter. Habera. Du bist nur... Okay. Das ist einfach nur ein Typ. Das ist nix. Jetzt weiß ich halt auch nicht, wo ich hin muss. Oh, ey. Guck mal. Die haben Kisten. Können ich sie eigentlich öffnen? Wäre schön, aber geht nicht. Okay. Dann würde ich sagen, wir gehen mal wieder den ganzen tollen Weg zurück. Wir können auch in jedem Raum einfach mal nachgucken, ob da vielleicht irgendwas ist. Von Relevanz quasi. Es geht noch weiter hoch. Oh. Hä? Du bist ja wieder im Ausgang. Moment, das war nicht richtig. Da musst du ja aber oben sein, oder? Ja. Wenn sie unten nicht ist, dann muss sie oben sein. Nö. Nö. Ja und? Ich mein... Hä? Das ist dann... Also... Zum Puff. Wir sind... Kondome. Hä? Wo ist denn die alte? Die ist bestimmt hier in dem... In dem... Also hier in dem Raum, ne? Aber die Räume sehen aber auch alle schön aus. Oh. Weg. Ich möchte durchgucken. Ach, das ist einfach nur so ein Royerraum, wo du von hier da reingucken kannst, oder was? Mhm. Cool. Okay. Ja, das bringt mir irgendwie alles gar nichts. Die muss da irgendwo sein, die alle Schraubner. Hier sind die Klos, okay. Da? Ne. Da? Ne. Ne. Ich bin nicht runtergelaufen. Hier ist auch nichts. So, du sagst mir jetzt nichts, okay. Wo sind die denn? Die frischen Fresh Dogs. Wisse. Bei denen geht's auch nicht weiter, das ist doch auch... Also alles sehr merkwürdig. Die ist bestimmt in dem Ding da drin. Hier oben ist ja auch nichts mehr. Da hab ich ja nun auch alles weggemetzelt, was man wegmetzeln kann. Die könnte dann im Raum sein. Ich könnte natürlich mal probieren. Warte mal. Wie waren das? F1 oder 1? Wir lachen erst mal kurz nach. Okay, das sind unzerstörbare Schlösser. Verdammt. Ich glaub nämlich, die ist tatsächlich dahinter. Also möglicherweise. Wonghoes Tochter Kiki wurde entführt und wird im Lotusblassen festgehalten. Wenn sie sich rennen... So was brauchen wir? Schlösser knacken? Ne. Hier. Schlösser knacken brauchen wir jetzt. So. Was ist denn Schlösser knacken? Geschick. Okay. Wir probieren's nochmal. Eröffnet doch die Tür jetzt. Ich bin gekommen, dich von... Um dich von den verlorenen Kindern zu befreien. Ich bin doch kein zahnloser Tong. Ich bringe dir den Schlüssel zur Freiheit. Kann ich die hier lassen? Lass uns diesen Hort der verlorenen Kinder verlassen. Nur selten werden Helden so mit Exkrementen überhäuft. Lass uns gehen. Charmant. Charmant. So, wir können hier raus, ne? Ciao. Sehr charmant. Die Madame. Kriegt man gleich Lust? Äh, weiß ich, weiß auch nicht. Ach, ich glaub, die ist schon da, ne? Ich geh einfach mal wieder zu ihm. Hoppsi, hops. Hoppsi, hops. Hoppsi, 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 hopps, hopps, hopps. Hoppsi, hopps. Und ich hab nochmal vier Erfahrungspunkte bekommen. Das heißt, ich könnte noch irgendwas mit acht Punkten steigern, wenn ich's denn wollte. Äh, wo ist der Fahrstuhl? Da ist ein Zauberfahrstuhl. Äh. Ich bin mir nicht so ganz... Ich... Ah doch, sie ist wieder da. Mhm. Aber er ist... Er erfreut sich. Ich hätte dir auch da lassen können. Wissen Sie, warum die verlorenen Kinder ihren Schatz entführt haben? Ihre Worte sind ein bisschen undurchsichtig. Die verlorenen Kinder sind stark. Die Menschen. Welche Hand zieht hier die Drähte? Legen Sie Stimme auf Ihre Stimmbänder. Schenken Sie Ihr Vertrauen dieser zersplitterten Psyche. Die Herrin der Spiegel würde sie niemals in die Irre führen. Glaub ich. Ich suche den Schatten einer vermissten Seele. Wer ist dieser Person? Barabbos. Was noch kannst du mir über ihn erzählen? Äh. Er scheint meine Persönlichkeiten beharren auf ihrem Schweigen. Ich weiß nicht. Ich glaube nicht, dass ich ihn für dich finden könnte, aber ich weiß jemanden, der könnte. Cool. Wo finde ich diesen jemanden? Sein Name ist Zhao. Er ist der Mann, der mich telefoniert und mir erzählt hat, wo Kiki gehalten war. Zhao hat viele Verbindungen. Er hat ein Import-Export-Warehaus in Chinatown. Geh ihn da und sie sehen. Ich will ihn vorhin und erzähle ihm, dass ich dich erwartet habe. Ich will mir ein Bild von Chinatown machen. Achso, nee, dann exportiere ich mich jetzt selbst. Leben Sie wohl. Ja, genau. Wir exportieren uns selbst und damit bedanke ich mich bei euch fürs Einschalten. In der nächsten Folge geht es dann natürlich weiter mit Vampire The Masquerade Bloodlines. Tür geht zu. Und dann werden wir uns exportieren. Nee, wir exportieren uns gerade schon. Dann werden wir aber da angekommen sein, wo wir uns hin exportieren möchten. Und dann ist das Export auch genug. Dann bedanke ich mich bei euch. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Amen.